hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier auf world of tanks mein stefan und heute bin ich mal wieder solo unterwegs und ja ich habe letztes mal spontan aufgehört und bin hier in die in die reihe reingekommen um den panzer 2 freizuschalten nichtsdestotrotz möchte ich hier natürlich ein bisschen auf der stufe noch mal kurz spielen damit ich panzer 2 frei habe um dann später auch meinen wo war es jetzt habe ich zu kaufen es gibt eine deutsche reihe den luchs und der möchte ich gerne kaufen habe ich noch nicht gekauft aber auf jeden fall muss man da ein bisschen was machen nämlich im angebot drin haben jetzt aber hier nicht groß ausgerüstet wann habe ich was hier irgendwo entspiegelung und hier geht es um das thema reparieren genau anwenden dann ist er da drinnen und ich würde sagen dann haben wir doch gleich mal hier ein gefecht mit dem kleinen um danach den lux kaufen zu können dazu muss ich den panzer 2 glaube ich freischalten dann habe ich die möglichkeit den lux zu erforschen ja ja mal gucken diesmal solo unterwegs kein dips kein klagen kein gar nichts gucken das kann noch im laufe der folge oder auch der folgen die ich am heutigen tag aufnehmen noch passieren die sind an der lautstelle jetzt gerade geschraubt müsste aber jetzt passen da kommt schon ein zufalls gefecht hier zwei mal gucken wie ich mich da anstelle einen leichten panzer hier ja ich versuche mal das thema mit dem becken also einfach mal die kette nehmen aber dazu hoffe ich dass ich jetzt in ein gutes gefecht sein komme um schnell die punkte zu ergattern und nicht zu lange hier auf der stufe mit dem zu fahren ist auch nicht so schlimm ist ist ja wieder erfahrung genau aber ihr könnt ihr die kommentare schreiben was sie eigentlich davon haltet dass ich immer uniform bin wenn ihr das nervig findet oder sagt weg damit bleibt es rein wenn ihr sagt ist gut dann weiter so und an der stelle ist doch super auch zu sagen ein dankeschön alle die schon abonniert haben und noch ein dankeschön die die jetzt noch abonnieren werden und mich dann tatkräftig mit kommentaren und feedback ausstatten und natürlich sehr gerne eingeladen auf mein discord zu kommen und dann dort vielleicht ja im also mein streaming plan einmal zu lesen an der wann mein nächster livestream stattfindet und wer auch mal mitfahren möchte er kann sich gerne dort melden auf dem discord kann sich dann wenn ich online bin wenn wir auch in eine sparte reinschleichen aber lieb sein sonst fliegt er gleich raus und dann kann man hier dann zusammen die karten zocken jetzt haben wir es aber glaube ich oder immer noch nicht also ideale zeit und bisher noch werbung zu machen ja ich werde auch die nächsten kämpfe auf drei oder vier stattfinden das auch wenn jetzt auf zweier kämpfe tier 2 um einfach 34 mehrere panzer vielleicht frei zu schalten unterschiedliche panzer zu fahren die crews quasi bisschen besser zu grinden und dann mal gucken ach so ja ich wollte eigentlich gucken ob ich allgemein ob man sie einstellen kann die sprache ne muss ich quasi komplett raus und die war um die war hier einzustehen passt dann mannheimer liste ja alles zweier eine bots dabei man gucke mich die anstelle und wo die meisten hinfahren und dort werden wir gehen der extrem extrem hohr hat auch den panzer 2 und die panzer jäger bau ich nicht hin aber auf der gegner 1 14 und die panzerjäger 1 1 1 1 ok ich bin jetzt gesagt ich würde ja jetzt mal gucken wo fahren die meisten hin 1 2 dahin ich bin jetzt mal ein brechen P2 light Was ist das? Er ist draußen, ok, da hau ich gleich mal ab hier, solange ich noch kann und Gas. Da sind sie oben, da muss ich gucken, bin leider nicht schnell genug. Da war ich einfach auf der falschen Seite, konnte aber noch ein bisschen was machen, aber da hätte ich keine Chance gehabt. Was ich heute auch möchte, mit einem Panzer mal ein Gefecht machen. So, jetzt mal gucken hier, Tarnung, Feuerkraft ist sehr wenig, klar. Rivalenzfähigkeit, Strukturpunkt 25, Sekunden, Beweglichkeit. Na ja, lassen wir ihn weiter im Gefecht, gehen wir auf den Dreierdeutschen. Da haben wir ja auch genügend hier. Und ja, was kann man denn da noch erforschen? Eigentlich nicht, Stuk könnte man noch kaufen. Geld habe ich, ja. Aber wie gesagt, da möchte ich eigentlich eher dann den Lux hier, der ist nämlich im Angebot. Jetzt brauche ich aber den hier, dann würde ich nämlich den hier erforschen, ok. Hier muss ich ja quasi wirklich hier kaufen, und zwar, ich zeige es euch nochmal. Und überlegen, wo war denn da jetzt nochmal? Gebot, fahr doch irgendwo. Äh, hier. Ne, nicht hier, doch. Objektiven. Besseres. Ne, nicht für Anleihen. Bin ich selber hier verwundert. Sammlerfahrzeuge war es auch nicht. Nein, nein, das ist kein Sammlerfahrzeug. Hier. Was hier? Ja, hier. Andere Angebote, genau da ist er. Und zwar, ja, alles größere. Und der Lux hier für 77,5. Genau, den möchte ich einfach mal ausprobieren. Da kostet nicht viel. Da hole ich mir am besten gleich, bevor ich ihn noch wieder versemmel. Ah, ok. Ich muss ja schon forschen. Ok. Sehr gut. Das gehe ich hin. Dann. Ab ins Gefecht. Ich sage. Mit dem Panzer 3e. Ok. Ah, da kam die Niederlage, ok. Panzerbrecher durchschlagen. Das habe ich. Gut. Ok. Naja. Ja. Nicht viele Punkte, aber ist ok. Und da kommt Steppen. ein auch wieder 3er Gefecht. Und da warte ich auch mal, wo es denn alle hin verschlägt. Das ist noch ein leichter, ne? Hier ein Jäger. Pack. Ok. Und los geht's. Los geht's. Los geht's. Da gehen die 2 hin. Ohne Plan. Es geht so aus, als ob es da auch besser ist. Oder Schluck. Ich fahre den ran. Interessiert ist er aufgegangen. Okay. Die hat dann aufgemacht. Gut. Dann legen wir gleich mal hier. 35 ist da, das Tür ist da. Ja, das Tür ist wieder weiter weg. Da ist es da hin. Okay. Die sind da hin. Die sind da hin. Okay. Die sind da hin. Wirkungstreffer! Abprallern! Wir haben sie nicht mal angekratzt! klar gegen frei durch ihre panzerung warte mal hier die kette wurde getroffen sie kann jeden moment wollen wir das neue Land gewinnen ob sie sagt, das würde ich hier nicht gucken zumindest mal schnell weg schnell weg, schnell weg und dann fahren wir mal zur stelle möglich dahinten irgendwo und versuchen es hier den schutz aufzubauen währenddessen kann ich ich werde reparieren geht hier 5 so, moin sag ich mal moin moin mach mal den kaffee deswegen ist das so laufbar hi wie sieht es denn aus bei dir? bist du schon unterwegs? ja ja ich bin schon unterwegs am untergehen irgendwie ich bin mit dem E3 unterwegs mit dem deutschen ja und wir liegen 5 zu 11 hinten ja ich hatte mich für eine seite entschieden aber die sind alle auf dem S35 drauf gefahren und ich wollte im hintergrund ein bisschen unterstützen aber war mir zu riskant deswegen bin ich nicht voll mit rein und dann kamen auf einmal alle anderen und jetzt habe ich einen Saharion hier als Gegner den versuche ich zu tracken ich habe auf dem anderen Ohr gerade nach dem Väter wollen wir ich frage ihn mal ob wir mit dir zusammen oder willst du überhaupt Begleitung haben ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht so jetzt werde ich hier aber ok ich bin draußen ich war der letzte quasi den sie ausnehmen mussten Herr Stefan möchtest du denn im Moment Zug fahren dann bringe ich noch jemanden mit ja gerne ich habe halt das Problem von gestern noch mit dem 2er Tier dass ich da ja noch den PZ 2G erforschen möchte um den Lux dann später zu forschen den hat Peter auch den Premium Tier 2 ja das geht genau den Kampfpanzer 2 um dann auf das Ding zu gehen ich habe jetzt noch allerdings nur 3 Stunden Zeit für meinen Premium Account ja aber so lange habe ich sowieso nicht glaube ich nur 2 Stunden und dann ist das schon ganz gut ja da muss ich mal sehen dass ich den Peter noch mal eben zu dir rüber gelotst kriege genau und es ist natürlich auch hier live die Folge genau schon wieder live im Internet ok natürlich nein nicht live im Internet live in der Folge hast du du bist im Moment am aufnehmen ok pass auf Peter ich jag dir mal den Link hier rein wenn ich das hier hin bekomme genau ich habe keine Rechte aber für diese Folge soll es auch schon mal gewesen sein die ersten 20 Minuten habt ihr gesehen weiter in der nächsten Folge bis dann und dann im Zug ciao ciao